hallo und so willkommen zurück zu keep on talking nobody explodes ja in der letzten folge ihr seht hier gerade noch ja ich bin übrigens auch dabei ach so ja die ist ja erstmal egal auf jeden fall ja die ist auch wieder dabei weil die muss ich mir sagen was ich tun soll ja ihr seht hier gerade noch diffused in der rekordzeit so continue loading 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 so one step up vier module drei strikes description for those who have made this far and want something tougher but not too tough also kurz übersetzt für die für jene und so weiter könnte so fünf minuten zeit vier module drei strikes start warum hast du nur so wenig module ist das voll fies the secret for you eyes only the screen is for you eyes only ja ich glaube die sind aber kompliziert ach du scheiße pass auf kabel rot gelb blau drei stück wie viele drei kabel sind rote kabel vorhanden ja ist das letzte kabel weiß nein gibt es mehr als ein blaues nein durchtrennen das letzte kabel ok labyrinth pass auf labyrinth 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 ja ok kringel ist dritte zeile vorletzt vorletzter punkt von links nach rechts genau also dritte zeile und dann dritte zeile und dann vorletzte spalte ja und der zweite ist letzte zeile und die dritte spalte von rechts also die vierte spalte ja ja so wie lange wo lang jetzt nein doch mein dreieck ist zweite spalte vierte zeile und der weiße puppe erste zeile dritte spalte ok zwei nach rechts also ja ein nach unten ja vier nach links 1 2 3 4 ja 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 ab bord weiß abruf gibt es einen leuchtenden indikator abbruch in weiß abort gibt es einen leuchtenden indikator mit aufschrift car nein gibt es mehr als zwei batterien und gibt es einen leuchtenden indikator frk es gibt nur ja es gibt mehr als zwei batterien aber kein leuchtenden mit frk halte den knopf gedrückt und lass ihn gedrückt und sag für welche farbe gelb loslassen wenn der timer in billiger position 5 anzeigt ok scheiße muss jetzt warten jo entschärft so letztes modul das sind also da sind in der mitte steht eine zahl naht oszilloskop mit einem koordinatensystem bitte was also in der mitte ist ein kleines display da steht eine zahl drin und darin ja habe ich ja 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 und darunter sind drei vier zahlen und da rechts ja 3 1 4 2 und da und daneben ist so eine zeile die nach oben zeigt was muss ich tun das weiß ich nicht wir haben noch 50 sekunden zeit welche zahl steht denn in der mitte vier 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 ach du scheiße erzähl ähm ist das display 4 so drücken sie den knopf in der vierten position hab ich so zweite stufe 4 4 4 drücken sie den knopf in der selben position wie in stufe 1 also an vierter position hab ich jetzt eine 3 in der dritten position eine 1 äh in der selben position wie in 1 also in der vierten position ja noch zwei sekunden 1 1 1 zu spät zu spät du musst mir immer das dann sagen was der steht im display ja der der braucht eine weile bis er es aufbaut er hat keine ordentliche geschehen nochmal ja stressig okay wir fangen wieder mit kabeln an oh gott oh gott also bist du schon soweit mensch sag das doch ja sechs kabel ja drei schwarze warte nein 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 ich muss anfangen bei kabel muss ich anfangen ja ja gibt es gelbe kabel nein äh ist die letzte ziffer der serie nummer ungerade äh du bist lustig nein ähm gelbe kabel gibt es nicht sagst du nein gibt es rote kabel ja 1 ok dann durchtrennen das vierte kabel hab ich so blauer halte blauer holt knopf 5 gibt es mehr als zwei batterien an der bombe äh nein nein drückt den knopf halte ihn gedrückt und sag mir welche farbe gelb äh 5 ok hab ich labyrinth 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 warte warte, warte da, ja erste spalte war erste zeile vor letzte spalte kringel erste zeile vor stretste spalte kringel ja äh fünfte zeile ja dritte spalte kringel ja weißer punkt dritte zeile dritte spalte ja so sag an Und wo ist dein Dreieck? Äh, zweite Äh, nee, fünfte Zeile, zweite Spalte Okay, zwei hoch? Ja Ein nach links? Ja Zwei nach unten? Ja Ein nach links? Ja Ein nach unten? Ja Ein nach rechts? Ja Und ein nach unten Okay, hab ich So, das letzte Modul Ist eine Zwei in der Mitte Wieder ein Display Oh Gott, oh Gott Zwei in der Mitte? Ja Äh, drücken Sie den Knopf in der zweiten Position Hab ich Vier, vier in der Mitte? Wie vorher? Hab ich Zwei in der Mitte Wie vorher? Falsch Eine Zwei in der Mitte Eine Vier jetzt in der Mitte Drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift Vier Falsch Eine Vier In der Mitte Wir sind doch jetzt in Stufe Drei, richtig? Nein, wir sind wieder in Stufe Null Der wird hier resetet jetzt mal Gesagt das doch! Ups Vier in der Mitte In der vierten Position Hab ich Eine Drei Ziel zu Position Ach ne Ich bin explodiert Okay, bis zur nächsten Folge Tschüss